Ja, hallo? Hallo! Oh, wer bist du denn? Ich heiße Nils Maximilian Bartels. Ich habe eine Überraschung für dich. Eine Überraschung? Und zwar hat eine von deinen Nachbarin gesagt, dass du gerade krank bist und Husten hast. Ja, das stimmt leider. Ich habe dir eine Gesichtsmaske gebastelt. Okay. Die wollte ich dir schenken. Die wolltest du mir schenken? Ach, okay. Das ist ja niedlich. Ich mache selber welche. Ich kann das, glaube ich, schon. Wo hast du denn sowas hier? Wo hast du das denn gebastelt? Ich habe von der Mama ein BH genommen. Nicht wirklich, oder? Ja, und zwar habe ich alle BHs von der Mama genommen bis auf zwei. Die habe ich in der Mitte auseinandergeschnitten und da habe ich rechts und links zwei Gummis dran gemacht. Oh, weißt das die Mama schon? Nö, die weiß das noch nicht, aber die freut sich bestimmt. Die freut sich ganz bestimmt. Das brauchen ja jetzt alle. Das brauchen jetzt alle, aber ich glaube, die Mama braucht diese BHs auch. Naja, die sind ja jetzt schon fertig, die Mundschütze. Okay. Und jetzt muss ich einfach nur wissen, welche Körbchengröße dein Gesicht hat. Bisschen, ich habe keine Ahnung. Ich hatte noch nie ein BH vor dem Gesicht. Manche sind mit Stretch. Aber sag mal, du nähst auch welche? Ich nähe auch welche. Aus Stoff mache ich die, ja, richtig mit einem Gummi oder mit einem Band zum Zubinden. Machst du die denn mit einem Gummi, dass man die hinter die Ohren hängt? Ja, ich habe Schlüpfergummi drangenäht. Was denn? Den Schlüpfergummi hatten wir noch. Den habe ich vom Papa seinen Feinrippschlüpfer gemacht. Du nähst ja selber. Wenn du selber welche nähst, wie viel schaffst du da am Tag? Oh, das schaffe ich einige am Tag. Also ich schaffe bestimmt drei, vier, fünf Stück in einer Stunde. Hey, ich kenne ja einen Haufen Leute, die das noch brauchen. Du kennst einen Haufen Leute aus deinem Kindergarten, aus deiner Vorschule oder woher? Nein, du ahnst gar nicht, wie viele hier beim Radio arbeiten. Ich kenne ja einen Haufen Leute aus deinem Kindergarten.